hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier auf der nf match map ja und zum wochenstart geht es natürlich los mit dem bga wettrennen die letzten zwei in game tage würde ich sagen also viel spaß moin moin liebe leute auch von mir tut's euch schönes reichert wir machen genau in den teams weiter die wir samstagabend hatten aus dem stream also speedy spielt noch oder sollen wir jetzt machen wir haben das nation ist zu viel unterwegs und team holger und unser team hier darf ein helfer dann mehr einstellen wir wackeln auf jeden fall ein holgers grundstein ich habe versucht oder wir versuchen in auszugraben und stück zu versetzen damit oder nennt dann bloß oder eine grundsteine gesetzt aber wir müssen da ein bisschen uns ausweiten ich glaube dass sind so weit rüber gesetzt ja die grenzen nicht ganz eingehalten richtig so ist das natürlich mit seinen zwei in game tagen liegt da glaube ich ganz gut auch wir brauchen natürlich noch geld das thema ist aber auch ein zweieinhalb millionen nachher auf dem sparbuch müssen die insel noch kaufen brauchen noch tiere und die stelle da zahlt man ja auch eine ganze menge also ist wichtig wie holger schon sagt die bga es müssen müssen laufen da darf kein großer stillstand auftauchen neue hatte noch mal durch gerechte man kann den ertrag von 2,4 oder hatte hier 2,5 wie viel was genau also das kann man noch ein ganz bisschen toppen aber viel luft ist nicht mehr nach oben was dann doch kann man noch also wenn du immer was drin hast dann kannst du was war noch 2,8 zucker machen so hat es hoch gerechnet 1000 90 x 1,5 x 24 ok also dementsprechend ganz bisschen luft ist noch aber das ist halt auch denn da muss man schon sehr sehr viele ballen oder irgendwas liegen haben aber die stunden nach 24 uhr wo du einfach nicht mehr genug material hast irgendwann das war bei uns auch morgens um fünf oder sowas leer und dann ist es von fünf bis sechs oder so leer also der knappe in game stunde was dann ja bei dem spulmodus zwei minuten ausmacht also bloß noch einmal oder zweimal eine minute am tag ansonsten sind wir bisher gut am rennen und hoffen natürlich dass es auch so weiter läuft deswegen gehen wir mal die räume bis später geschickt vor gerade in den raum doppelt klicken joint hans und verschiebt somit den raum und dass ich also holger rechnet wieder auf wir wissen es rechnet auf jeden fall gut aber er rechnet glaube ich nicht damit dass wir jetzt noch den ganzen tag versucht ein bisschen holz zu stellen und hoffentlich so noch ein bisschen früher fertig sind also die engel in tage brauchen wir so oder so noch aber wir hier in der halbe millionen extra verdienen hilft uns das mit sicherheit ein bisschen früher fertig zu werden ja das machen wir im zweifel ja auch nachher so ungefähr ja was bringt ja auch geld aber sagten ja auch wir wollten nicht alles verkaufen ich weiß das müssen wir sonst mit dem team nachher besprechen hat jeder eine grundausstattung haben muss oder ob wir sagen pech jeder braucht nur noch ein auto oder nichts ganz nachher alles verkaufen weil die ernten durch sind gehen die drescher weg wir haben auch richtig viel mietfahrzeuge mietfahrzeuge müssen auf jeden fall weg also dinkele reicht dann könntest du vielleicht mit mischgetreide noch weitermachen weil das fehlt ja auch noch komplett das ist ja überall auf jedem feld immer so ein bisschen ich würde weiter holz machen am shelly also bga ist wichtig ne bitte 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 ab da egal wenn man auge drauf haben und fermenter auch wir haben aber kein gras mehr für internet da rein zu tun dann vielleicht ja wohl kann sagen vielleicht einmal die holger variante einmal die deichkrone längst heißen das müssen wir dann ja du lass uns die insel kaufen das schulden bezahlen wieso schafft man nicht ganz ne aber fast aber wir würden also der fermenter sollte gerne die nacht über nochmal silage kriegen damit wir das ist echt wichtig damit wir uns diesen vorsprung sichern und mit glück da schaut man mehr so viel geld kriegen wenn ich aus dem wald dass wir morgen schon fertig werden der fermenter hat noch 116.000 liter das oder häcksegut drin ja damit kann er zumindest noch bis 16 17 uhr circa auskommen glaube ich 17 18 114.000 liter silage drin das ist jetzt erstmal ruhig silage zu ende machen und das andere müssen wir nochmal überlegen und ich versuche hier weiter so im viertel also wir sehen jetzt wie viel geld ich jetzt in der heutigen folge macht heute technisch also ich dann schon mal den rest von der insel kaufen dann hat man auch besseren überblick man muss auch nicht zwingend die deiche nehmen wir haben auch hier vorne dieses stück bei den windmüllen an der nähe von dem großen bald das ist natürlich alles nicht dünn war es ist klar es ist also aber um da grasbein zu pressen geht das ja relativ zügig ich weiß nicht wie viel ist da denn habt ihr silagebein über noch oder gar nicht ich glaube aber das grasfeld wird noch erntereif oder vor der nacht das große nur sonst noch eins was in gelb ist nene alles andere ist noch in grün sonst hätte ich gesagt kann man auch da eins opfern hauptsache das große ist nachher im besten status der alberne dünge streuern wenn ich jetzt hier auch wenn sie es gekauft ja ich finde aber so albern die ganze zeit im vorzug vor zurück ein bisschen verwirrt also habt ihr jetzt einen helfer ein drasche helfer und ein dünge helfer hunderttausend dinkel haben wir und noch ein bisschen mehr ein bisschen anstandsfressen ja dann kannst du direkt verkaufen vorne da ist ja gleich nebenan ein gutes dinkelbrot ja kann ich ja nur essen ja allergiker deswegen ich kann ja nur dank dinkel essen du kannst du dinkel essen ok da gehen mehrere sachen allergisch hast du auch keine dünge froh? ne so wenn es aus dinkel ist? ja kein weizen kein weizen ja ok also so ein leckeres toast mit ziel mit zela das darfst du gar nicht essen ne auch keine nüsse oh gott kein koriander keine äpfel keine kumilch das ist aber auch echt heftig was da denn schief gelaufen sorry das ist echt fies das ist aber echt gemein ja shelly ist erläger gegen hier ne gegen alle Perlen und Gräser da muss man sich auch dran gewinnen dass er sich 27 mal hintereinander hieß hatte ich auch schon alles und zwar richtig fließ einfach nur ein jahr hatte ich auf alles reagiert heute darauf, morgen darauf ja ob sie steril groß geworden? hm? ob sie zu steril groß geworden? ne eigentlich nicht das war ja durch die Krankheitsgeschichte die ich dir immer bei euch noch gesagt hatte ja und seitdem das jetzt raus ist, ist gar nichts mehr in der Hinsicht mit Gräser und das ganze und das eine gibt es da ja aber ich komme damit zurecht deswegen ja man gewöhnt sich dann wahrscheinlich so nach dem Auto ja muss man ja verstanden denn ich hatte mehrere allergische Reaktionen gehabt ich habe hier pur aus Cortison daheim stehen wenn ich das nehme, kann ich ins Krankenhaus und das ist aber krass werde ich auch zur Famcom mitbringen müssen ja wahrscheinlich nicht unbedingt am Mittagessen da teilnehmen weil er weiß, was das denn für ein Zeug gibt ne ich muss mein eigenes Essen mitnehmen es gibt halt Stulle hm oder halt Pommes nur mit meinem Kochsalz naja das kriegst du da ja auch nicht weiß man nicht ja deswegen muss ich gucken abends Pommes gab es auch letztes mal nicht glaube ich ne so jetzt sollen wir die Folge durchziehen hier mal gucken wie gelb wir denn zusammen kriegen also jetzt als nächstes soll ich noch ein paar Grasballen machen ne für die Fermenter oder lieber die Lageballen kannst du ruhig nochmal ein paar Grasballen machen weil dann würde ich da bei den Windmühlen noch ein paar Grasballen machen ok oder möchtest du was anderes gerne mal machen kannst du auch die Grasballen sammeln so ungefähr und irgendwann da schmeißen aber ich kann die ja jetzt hier pressen und dann kann ich die gleich weg sammeln ja kann ich ja wir müssen dann aber überlegen ob wir tatsächlich die Deiche wie Holger auch nochmal mit ein paar Schlageballen machen obwohl die rollen immer weg diese Deiche glaube ich sind Grasballen machen und dann rund fahren ja eine Fahrt mag ich einmal rund fahren aber nur mit dann Grasballen genau ja sollte ich einfach nur den Deich abfahren oder den anderen da bei den Windmühlen könnte ich ja auch hier die Rundballen machen aber auch den Deich den kann ich da Quaderbein machen ja die rollen dann weg die hängen dann irgendwo und dann müssen wir dann ja genau gehen wir die überall suchen wir müssen nur suchen gehen aber keine Ostereier suchen fahr doch da musst du mal gucken ob du wirklich oben fährst oder ich glaube die sind auch teilweise ein bisschen im Versatz gefahren da wird dann halt möglichst viel ja möglichst viel von der Schnittbreite von den Dings ausnutzt ohne dass es auch in der Luft fliegt weil wenn das komplett in der Luft fliegt dein Schneidwerk dann kriegst du fast nichts mit so meinte ich ich muss mal gucken aber das macht Sinn ist das genug Gras was wir da zusammen kriegen hoffentlich für den Elementar über die Nacht so wie lange ist es auch bisher erst zwölf Minuten kam schon länger vor ja guck mal ne jetzt so in den in der Endphase das ist ja auch ich mach die ganze Folge nichts anderes als Holz dann können wir schon mal ausrechnen wie viel wir Mittwoch und Freitag auch noch verdienen wenn ich auch nur Holz mache also wie gesagt in einer tauschen möchte Bescheid zu geben ich fang gerade noch hier auf dem gleich von nö also pass schon musst du gucken dass du die weiß ich nicht da ist auch noch ist ja nicht noch erntereifes Zeugs auf der auf der 29 ist auch noch erntereifes war eben noch nicht erntereifes auf 31 ist noch ein bisschen was ich bin jetzt hier unten die wo bin ich da Moment 21 ist noch und dann hattest du den ja hattest du den hier Kartoffelhaini abgegeben denn oder fährt er äh das Schneidwerk habe ich zurückgegeben ok müssen wir uns dann nochmal holen fahren nö ach denn nicht weil das sind noch relativ viel Kartoffeln also wenn wir die weg fahren das ist bestimmt nochmal 300.000 wirst du überlegen na aber dauert viel Zeit ne das alles zu ernten und abzufahren ja musst du es dann helfer machen ne weil verkaufen kannst du gleich nebenan ne das ist natürlich praktisch muss nicht oder musst du es am Hafen verkaufen ich weiß es gerade nicht dann würde ich es nicht machen hier vielleicht ein bisschen schräger können wir einmal die eine Seite und einmal die andere Seite machen im Deich mal gucken wie lange das dauert bei rundherum fahren ist echt hab ich es bei Holger gesehen das dauert gar schon lange wo hast du denn gestartet ja mit denen sind bei der BGA du musst dann denken dass du hinten am Hafen nicht längst kannst also da muss man rechtzeitig den Deich dann irgendwann verlassen das ist das Hafenbecken fährst du ja ne dann fahr ich dreh ich da und fahr wieder zurück an der Außenkante jetzt fahr ich an der Innenkante und dann fahr ich an der Außenkante sozusagen wieder zurück ja wegen dem Helfer ist fertig dann wahrscheinlich der Düngestreuer oder? ja 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 ich fahr mal richtig Holz raus diese Folge das ist glaube ich witzig leer ich glaube ich selber habe dieses ganze Gras auf den Deich gemalt das ist auch schon mal krass jetzt musst du es sogar noch ernten ne? nicht gedacht ne die Deko krass die ganzen Bäume gesetzt du musst alle selber fällen mhm ich muss es ja immer ne? ja schweres Schicksal aber der Tino hat ja sag ich mal auf der schwarze den Jahr wieviel Bäume weggemacht ne? damit die von der Performance her besser läuft ja sein Team ne? ja das habe ich auch gehört Bäume weggemacht dann äh Felder anders zusammengelegt weil die dann auch von der Performance her besser geworden sind ja die haben alles versucht ja das ist auch das Problem und halt auch feste Hallen und alles ne? also nichts mehr so viel platzierbar gemacht das macht gar keinen Unterschied aber das ist das glaubt man vielleicht aber das macht keinen Unterschied das Problem ist bei denen halt auch die sind immer mit 16 Leuten auf dem Serverteil und nicht immer aber regelmäßig regelt und wir wissen ja selber wie ist das mit 16 Leuten hier ja mhm kampfhaft und das ist bei denen eben auch dann so jetzt werden die Wege für die Bäume dann echt ein bisschen zu weit das dauert zu lange die sie dann herfahren nächster Kaufspunkt können sie ja jetzt wenigstens verkaufen ne? ja hier sind auf jeden Fall noch eigentlich die Nachbarskinder draußen nicht rein da haben irgendwelche Kinder draußen rum die Uhrzeit Ferien ne? da sind Ferien ja gut aber ja ich find's auch nicht Zeit müssen die doch eigentlich ins Bett oder? also ich find's auch so nach nach also auf jeden Fall auf jeden Fall ja gut was hast du früher gemacht ne? vielleicht sind die Eltern ja auch irgendwie weg und die machen halt egal die Leute da so Sturmfrei Sturmfrei also ich muss eher sagen ich war immer sehr ich glaub du hattest auch nie sturmfrei oder? bist du jemals sturmfrei? wir werden sturmfrei ne? aber auch echt scheiße gesagt ne ich glaub nie echt nicht ne? ne nicht so richtig doch immer dienstags ok da sind meine Eltern immer nur zum Bingo gefahren da sind meine Eltern immer nur zum Bingo gefahren vorhin hattest du hier hoch? mhm Danny sagt Zeit mhm 70 Uhr ist aber auch hier Sekundengetakt ne? Danny hat sich ne Uhr gestellt auf jeden Fall hier sind so ein so ein Eierwecker ja vielleicht haben wir noch was verantwortet vielleicht muss er jetzt mal verkaufen Holz das kommt nicht gleich weg ist jetzt bei euch auch die Karte so ganz fleckig? wie fleckig? und Wachstum Düngerspiele ich werde auf jeden Fall jetzt einiges ernten nö echt? ja da dann gehts oben auf dem 23, 20, 17 ist wie erntereif ne? super gut dann berecht bloß dieses hier gleich das auf dem Deich ab das kommt wahrscheinlich jetzt bei mir komplett noch nicht und auch die 30 fängt an ja wollt ihr euch oben sammeln ich kann nicht ich kann nicht ich kann hier nicht umgehend weg ja warte ich zähl ich ich werde aber gleich noch einen Verkauf starten wenn wir da sind Nochmal zu starten Moin 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 pünktlich wie die Maurer na ja schau wir mal Bild hat wieder ein bisschen verschlafen wird verschlafen? Bild hm hm mal waren sie müde haben wir gesagt bei mir sind 8.35 bei mir auch aber ich bin irgendwie zwei Sekunden weiter aber ich habe auch relativ häufig gemerkt wenn wir zur Zeit wenn irgendwie noch runter gezählt wird das ist bei euch in den Aufnahmen nur noch mit drin ne bei einem Anfang hm weil ja schlimmeres wenn nicht bewusst aber ich reagiere nachher bei den Aufnahmen besser als beim Spreen also einmal habe ich es dann ja raus geschnitten das weiß ich weil ich die Zeit nicht gut kann also das ist mir wurscht doch das war gut ne jawoll 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 wochen zehn geht es weiter jawoll die kann alle wieder einschaltet also bis dahin bis dahin tschüss 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 beiür die Untertitelung. BR 2018